Einen wunderschönen guten Morgen. In der letzten Woche, da hatte ich hier kurz festgehalten, wie ich über die App Darkroom Fotos sortiere, aussortiere, im Gameboy-Griff mit zwei Optionen, einmal markieren und einmal ablehnen. Im Anschluss an den Blogpost, da bin ich einmal mehr der Idee hinterher gestolpert, meine eigene Fotobibliothek aufzuräumen, also auszumisten. Das überkommt mich alle paar Jahre einmal und ich teile dann gerne, wie ich sowas angehe, versuche anzugehen.